Kurze Unterbrechung bei El Bandi. Sie können jetzt 500 Euro gewinnen in 3, 2, 1 und los geht's. Das ist die Kabel 1 Quiz Time und das geht ganz, 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 ganz schnell. Was ist El Bandi vom Beruf? Und Sie haben diese 500 Euro morgen auf Ihrem Konto. Das Geld geht jetzt sofort raus. Binnen Sekunden, Minuten haben Sie die Kohle. 01379 444222 Werteskantinium schafft es zu mir. Wenn Sie die Antwort nicht direkt wissen, einfach diese Plättchen in die richtige Reihenfolge bringen, dann haben Sie den Beruf natürlich auch. Aber ich glaube, liebe El Bandi-Fans, Sie wissen doch, was El Bandi von Beruf ist, oder? Oder macht, arbeitet. Was arbeitet El Bandi? Wenn Sie es wissen, 500 Euro jetzt für Sie und geben Sie Gas. Sie wissen, Quiz Time ist hier so kurz, dass so kurz schon fast untertrieben ist. 01379 444222, ich freue mich auf Sie. Wer schafft es zu mir? Wer rennt zum Telefon? Jetzt wirklich zum Telefon spurten? 500 Euro jetzt für Sie. Was ist El Bandi vom Beruf? Spurten Sie zum Telefon. Ich sage es Ihnen nur, weil 500 Euro gehen jetzt hier raus. Das Geld ist morgen da. Heute gewinnen, morgen kassieren. Wir machen eine Blitzüberweisung. Diese 500 Euro für Sie haben Sie morgen dran. Also jetzt kommt 10.39 Uhr, es ist eine Live-Sendung. El Bandi geht weiter. Wer holt sich das Geld? Die Antwort ist einfach, wer hat es raus? Komm, Sie, das schaffen Sie. 01379 444222. Schauen doch. Etliche Leute. El Bandi. Wenn Sie es wissen, was El Bandi vom Beruf macht, dann bitte jetzt anrufen. Holen Sie sich das Geld. Lassen Sie es nicht liegen. Auch wenn Sie noch nie was gewonnen haben, Sie sind herzlich eingeladen, hier Ihr Glück zu probieren, wenn Sie 18 oder älter sind. Nur geben Sie Gas. 500 Euro. Achtung. Geld ist immer noch hier. Ich bin irritiert. Liebe Kabel 1 Quiz Time Zuschauer, ich bin irritiert. Bitte holen Sie sich das Geld. Wer hat das Quäntchen Glück und kommt zu mir? Jetzt anrufen. Jede Sekunde zählt. Das Geld geht sekündlich raus. Glauben Sie mir. 10.40 Uhr. Jetzt heißt es ruckzuck. 01379 444222. Achtung. Das ist die Chance für Sie. Noch ist keiner da. Sobald es klingelt, ist die Runde vorbei. Was ist El Bandi vom Beruf? Das Geld ist morgen da. Die Kohle ist morgen bei Ihnen. Ich freue mich, Ihnen das Geld jetzt so rüberschmeißen zu können, damit Sie es morgen auf Ihrem Konto haben. 01379 444222. Geben Sie Gas. El Bandi geht jetzt weiter. So. Wer ist hier? Wer ist mit dabei? Wer kommt zu mir? Wer schafft es? Wer hat das Quäntchen Glück? Antwort ist klar. Stürmen Sie Ihr Telefon. Freunde, zum Telefonstunde ist noch keiner da. Jetzt jede Sekunde mit dem Quäntchen Glück können Sie es sein. Ich will ja nicht mehr rumschreien, aber hier. Ja, jede Sekunde zählt. Ich freue mich auf Sie. Achtung. 500 Euro. Wer geht, Leute. 10.41 Uhr. Ich bin so, ich winke schon mal. Ich sage schon mal ganz leise Servus, denn ich bin so gut wie weg. 500 Euro. Die gehen jetzt raus. Zugeschlagen. Wer ist am Telefon? Hallo? Aufgelegt. So, liebe Zuschauer, wir haben keine Zeit. Wir machen jetzt im Hintergrund noch einen Gewinner. Also rufen Sie jetzt noch an mit einem Quäntchen Glück. Werden Sie um 500 Euro reicher. Schönen Tag noch. Ciao.